Willkommen Reisende. Wir sind zurück bei No Man's Sky. Wenn ihr Spaß habt und nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Nun viel Spaß. Wir haben die Basis noch ein bisschen weiter gebaut und werden jetzt erstmal einmal über den Frachter zur Anomalie, weil die Steine, Steinbauteile nicht im Inventar auftauchen, also im Baumenü. Und innen werden wir wann anders machen. Wir brauchen jetzt erstmal zur Entspannung, dann holen wir uns S-Frachter Upgrades. Also die Wand da fehlt noch ganz. Vorne nicht. Wird nun im Foto Modus mal wieder nicht angezeigt. Und jetzt müssen wir mal gucken. Eigentlich haben wir uns alle Teile freigeschaltet. Mal schnell hoch zum Frachter. Die geborgenen Daten mitnehmen. Und dann in die Anomalie mal nachgucken. Und dann werden wir uns erstmal S-Frachter Upgrades organisieren. Für wenn wir dann bessere Frachter haben. So. Einmal mitnehmen. Sollte eigentlich reichen. Jetzt werden wir uns die Anomalie rufen. Das ist wohl zu nah. Jetzt geht's. Hauptsache, wir sind in der Lernzone gelandet. Auch cool. Ah, wir könnten uns eigentlich auch mal die Twitch-Drops abholen. Gucken, ob die schon alle angezeigt werden. Ah. Also das Poster nehmen wir mal mit. Hier ist noch ein Poster. Das Banner. Ja, das Alien-Multitool. Das können wir dann aufwerten. So. Was nehmen wir noch mit? Hier ist noch ein Deko. Hier. Okay, hier steht die Wärme abgeholt. Das ist seltsam. Also. Nehmen wir das Schiff oder das. Bereit zum Schlüpfen. Naja. Nehmen wir die Schiffe. Na, das erste Mal. Wichtig ist jetzt zu gucken, ob wir... Warum die Bauteile nicht auftauchen. Oder ob wir die vielleicht vergessen haben letzten Mal. Ah, darin liegt das. Stein einfach vergessen freizuschalten. Machen wir das jetzt eben schnell. Und dann holen wir uns... Frachter-Upgrades und Frachter-Shots. Und alles geht super schnell. Also für das Upgrade-Modul jeweils. Ja, so 20, 30 Sekunden. Und da wir ja nicht mehr so viele brauchen. Früher brauchten wir ja 6 pro Einheit. Jetzt ja nur noch... Gehen ja nur noch 3. Müsste das sogar noch schneller gehen. So, dann können wir nämlich auch mal auf einem... Wüstenplaneten... Oh, oh, oh. Ähm, Wasserstein bauen. So, die Dächer. Und ich dachte, wir haben letztes Mal alles freigeschaltet. Dann haben wir Stein einfach... Übersprung. So. Gehen wir nochmal alles durch hier. Das haben wir alles. Hier auch. Das auch. Ah, hier Deko fehlt auch noch. Das nehmen wir dann auch mal mit. Ich habe mich schon gewundert, warum das Baumenü so leer ist. So. Die Koordinaten habe ich schon rausgesucht für den verfallenen Fracht, also für den verlorenen Frachter im All. Dafür müssen wir uns aber erst noch bei der Raumstation einmalig für 5 Millionen so ein Koordinatenteil holen bei dem Schrotthändler. Jetzt können wir wenigstens die Basis auch einrichten, weil erschienen mir letztens viel zu wenig Teile. Ja, und im Frachter müssen wir einmal normal hinterher durchlaufen. Da gibt es auch noch Bauteile zu entdecken. Gut, dass wir uns ein paar aufgehoben haben in den geborgenen Daten. Ich dachte, Deko hätten wir auch alles schon geholt. Aber es ist ja schnell erledigt. So, fehlt noch irgendwas. Hier fehlt auch alles. Dann haben wir Deko wohl ausgelassen. Aber naja, die Daten sollten reichen, die wir noch haben. So, da. Dann kann man auch hier für den Angestellten, wenn man sich holt, den Vakinen noch ein schönes Waffenregal hinzimmern. Ein paar Regale. So, hier haben wir jetzt auch alles. Ich habe die Deko echt komplett weggelassen. Habe ich nur die Bauteile letztes Mal geholt. Gut, einige Teile werden wir nie benutzen. Aber lieber man hat sie. Hier haben wir noch ein paar Bilder. Das wäre gut für... Sollen wir mal sehen. Vielleicht können wir das irgendwie an die Basis außen hängen. Hauptsache, das gab es jetzt auch als Twitch-Belohnung. So, jetzt haben wir aber... Ja, diese Beat-Sachen, die brauche ich gar nicht. So, jetzt aber... Alles freigeschaltet. Oh, da fehlen noch Rennstreckenteile. Kann man bestimmt irgendwie anders verwenden. Ich frage jetzt, wir haben noch welche über, also können wir ruhig den Rest hier, den wir nie benutzen werden, auch kaufen. Ist jetzt dann auch egal. So. Ist jetzt dann auch egal. Jetzt ist alles freigeschaltet. So, dann jetzt zur Raumstation. Können wir eigentlich auch, wenn man sich nicht verlaufen würde, den hier nehmen. So. So. Aktuelles System. Jetzt einmal rüber zu dem Händler. Hey. Die können wir nochmal mitnehmen. So. Hier ist in jeder Raumstation der Händler. Und wir brauchen einmal die Koordinaten. Hm. Hat er uns jetzt einen Teil gegeben oder nicht? Ja, hat er. Das hier ist ganz wichtig. Das brauchen wir nämlich. Ja, gucken. Reicht der Platz? Ja. Hm. Das hier braucht auch keine Sorge. Und tun wir das jetzt noch schnell. Was wir nicht brauchen in den Frachter. Wir geben uns zu unserem Portal auf dem Planeten. Und holen uns erstmal die Frachter Teile. Hier. Ist jetzt noch die Frage, wo haben wir geparkt? Da hinten. Raumstation in der Nähe. Sollen wir nur nicht dran vorbei heizen. Ei. Da wollen wir hin. So. Ei, ei, ei. So. Dann tun wir das alles. Da hin. Das auch. Können wir das so machen? Hm. So. Was haben wir hier noch? Ja. Das ist eine. Sollen wir mal. Wofür war das? Das kommt noch hier hin. Pugnäum. Das brauchen wir auch gerade nicht. Wo war das? Da. So. Jetzt haben wir auch ein bisschen Platz. Dann ab zum Portal. Bei. Oh. So. Wo. Oh. Ah. Einmal landen. Der Teleporter ist noch nicht angeschlossen. Oh. dem ganzen Bauen keinen Nerv mehr, mir auszudenken, wo der hin soll. So. Jetzt gehen wir mal den Frachter, also nicht den Frachter, sondern die Teile dafür organisieren. Und zwar müssen wir nach... Also wir müssen Dino Vogel Rakete Den Antrieb Dreieck Dreieck Rad Vogel Rad Rad Schiff Und ja, hm, Wirbel, Tornado, also das Symbol hier ist das letzte. Ist in der Euclid-Galaxie. Und wenn ich jetzt das richtige Bild rausgesucht habe, müsste das die richtige Adresse sein. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Wir haben Wir haben erst mal Basis gebaut heute Vormittag, aber für die Ablenkung brauchen wir jetzt erst mal was anderes. Das müsste jetzt eigentlich das richtige System sein. Ist das das richtige System? Nope. Warte vor zwei Monaten. Ja gut, kann sein, dass er das umbenannt hat. Das kommt alles mit der Zeit. Ist es auch am Anfang sehr gut erklärt. Wenn du mit Controller spielst, steht immer welche Taste du wofür drücken musst. Beim Computer ist das selbe. Wenn ich jetzt mal mein Schiff finden würde. da steht dann auch E für Einsteigen. Und jetzt wird eingeblendet. Unten ja jetzt W zum Abheben und E wieder zum Aussteigen. Also ist eigentlich am Computer ist das sehr gut erklärt mit Tastatur und so. Ich hoffe nur dass ich die richtigen Koordinaten habe. Gucken, wie heißen die Basen hier. Water Cave. Die Garten. Hauptquartier. Selbermine. Aber ich war in dem System länger nicht. Gut möglich. Weil vor zwei Monaten wurde es umbenannt. Wir müssen mal wie heißt das hier? Ah, ich glaube das ist irgendwie das falsche System. Na, wir können ja mal den Frachter hochrufen. Also einen finden. Dafür benötigen wir das hier. Das werden wir jetzt aktivieren. Und jetzt ganz wichtig in die Raffinerie packen. Den Impulsantrieb zünden. Kurz warten. Und jetzt haben wir einen Frachter gefunden. Können auf dem landen. Nur vorsichtig. manchmal rampen man die Dinger. Wichtig ist speichern tut der also gut die haben es jetzt geändert auf Automatik speichern. Na, wird trotzdem nicht gespeichert. Steht extra oben drüber. Müssen wir mal sehen, ob das jetzt der richtige ist. Weil es gibt welche mit Aliens drauf. Welche die haben Bewaffnung an Bord und den den ich suche der ist komplett leer. Wichtig sind gleich also die ganzen blauen Kisten die aussehen wie die hier. Da können Module drin sein für die Frachter Teile die man sich freischalten muss. Schwerkraft neu starten. Was ist denn jetzt kaputt? Oh, hier haben alles geändert. Türversiegelung. So, und wenn er die Tür durchgeladen hat eigentlich sollte er wegen der Mission hat er das jetzt nicht angezeigt. Jetzt können wir, da die Tür wieder offen ist, das wieder ins Exo-Anzug packen und müssen jetzt nur hoffen Ah, ja. Ist das der richtige? Nein. Ah, Mist. Wir sind im falschen System. Das jetzt sehr schlecht. Ah, nein. Gut, da wir in dem falschen System sind, weiß ich jetzt leider nicht wo lang. Aber wir sind in einem mit denen hier, die machen nichts. können wir ganz entspannt die letzte Kammer suchen. Hier sind noch Heizelemente für links unten, wenn der Kälteschutz abgelaufen ist. Ah, ist natürlich ärgerlich, weil sonst könnten wir das hier viel schneller durch. Wo ist die Tür? Da. Ich ignoriere jetzt alle blauen Kisten erstmal. weil hier ist immerhin einer der entspannten Frachter. ist die Frage, da oder da? Wir gehen mal da lang. So, welche Kontrolleinheit ist das hier? Großrechner. Das ist der nicht. Aha. Ist doch die andere Tür. so ein Mist. Oder die haben Oh, hier ist er. Zu dem hier wollen wir immer Maschinenbau Kontrolleinheit. Die aktivieren wir. Und dann können wir uns aussuchen, ob ein Frachtshot, also ein weiterer Platz für unseren Frachter oder Technologie Upgrade. Und bei den anderen muss man immer gucken, welches man kriegt, ob B oder A oder vielleicht nur C. und hier haben wir jetzt S bekommen. Das heißt, die haben das Innere umgebaut. Also dauert die ersten beiden Male ein bisschen länger. Und wenn wir am Ende waren, wo wir jetzt das S-Modul bekommen haben für unseren Frachter, müssen wir wieder rausgehen, einsteigen in unser Raumschiff, einmal starten, weil rechts unten die Mission noch läuft, fünf Sekunden in den Puls gehen, das müsste reichen, jetzt die Mission nämlich nicht mehr aktiv und der hier müsste jetzt auch nicht mehr aktiv sein, genau, der Notfall, äh, Notsignalscanner ist jetzt nicht mehr aktiv, das heißt, wir können ihn wieder aktivieren auf E, ganz wichtig immer ihn wieder in die Raffinerie packen, jetzt Impuls einfach wieder zünden, kurz warten, und hier haben wir jetzt auch schon den nächsten Frachter und so können wir das die ganze Zeit machen, bis wir alle Essteile haben, die wir brauchen. Ich glaube, es gab sechs verschiedene, ja, und drei brauchen wir von jedem, früher brauchte man ja sechs von jedem, also wenn es gut läuft, müssen wir 18 mal durch, wenn es schlecht läuft, ein bisschen öfter, denn man kann die Teile auch doppelt kriegen, ein bisschen ärgerlich, dass man jetzt hier viel öfter was drücken muss, am Anfang, früher früher war nur Türversiegelung öffnen und das hat auch schon gereicht, wichtig, jetzt sieht man rechts unten die Prozente runterlaufen und erst und erst wenn die Tür wirklich aufgeht aus der Raffinerie rausnehmen sonst verschwindet das und man kann das nur noch also das nächste das man sich kaufen kann kostet 10 Millionen dann 20 und dann 30 und glaub teurer wird's nicht kann man sich so oft kaufen wie man möchte aber so behält man den einen einfach und kann Frachter so oft machen wie man möchte hier haben wir jetzt für die Flotten Erkundung einen Teil bekommen das können wir dann in Frachter setzen hier oben bei Technologie aber erst wenn wir einen vernünftigen Frachter haben den Müllhaufen pack ich gar nichts rein jetzt nehmen wir einmal die Kisten mit alle blauen da und war das ja jetzt hier auf dem Speicherstand zum ersten mal machen fehlen uns nämlich noch die Bauteile die man im Frachter auch freischalten kann jetzt müssen wir nur gucken dass wir auch jede finden das unreine Metall können wir bei dem Händler wo wir den Empfänger eben hergeholt haben eintauschen gegen Sachen die er rumliegen hat so und diese ganzen Kisten hier die gibt es als Bauteile und die Lampe müssen wir uns jetzt mal beischalten auf nicht kriegen wir die in einem Durchlauf das wäre schön als man denn die blauen Kisten sieht was mussten sie den auch umbauen da ist einer da haben wir ein Fregatten Modul das ist ganz wichtig mit denen können wir neue Technologie freischalten für unseren Frachter wie bessere Antriebe Antriebe um in die roten grünen und blauen Systeme zu kommen und neue Abteile zum Einbauen können wir uns damit freischalten da ist ein bisschen Geld drin aber wir brauchen nur die großen blauen Kisten soll ja gruselig sein hier drin und eigentlich auf anderen was auch Aliens und die sich unerwartet angreifen ist echt nervig wenn man gar nichts sieht ja noch sind wir nicht tot so kalt kann es nicht sein aber man sieht nichts so hier ist eine blaue Kiste werden wir einmal auf füllen ups ja Kälte wollen wir aufladen und und solange man nicht diese Sachen hier liest und das Protokoll durchgeht was eine Aufgabe wäre kann man das auch ganzen Tag machen deshalb immer nur die blauen Kisten öffnen wenn man denn eine blaue Kiste findet sind sehr wenig also dass sie immer alles umbauen müssen da sind nur die kleinen die sind eigentlich unwichtig nichts vernünftiges drin also hier haben sie es jetzt gar nicht übertrieben so viele Schränke auf einmal hier ist auch noch ein Schrank da haben wir gerade ein C-Modul für irgendwas bekommen das kann dann einfach weg und meist das ganze was man hier drin kriegt kann man auch gut verkaufen dann also so war das zumindest vor 4.0 seitdem war ich nicht wieder in einem Frachter vielleicht haben sie auch die Chance verringert wann man Bauteile findet ist ja auch möglich da ist auch noch einer jetzt bin ich gegen so Alien gelaufen also in den großen ist nichts drin so rechts die tür ist ja die richtige gewesen dann gucken wir jetzt einfach hier ist nichts drin sehr wenig eckige blaue kisten da ist noch eine ist hier irgendwo noch eine ne die haben wir da steht nirgends eine immerhin haben wir so ein fregatten modul bekommen jetzt und am ende kriegen wir immer noch ein c-teil wenn man das natürlich im schnelldurchlauf macht einfach immer bis hier laufen so nach 15 mal mag das spiel nicht mehr und dann fängt es ein bisschen an zu haken beziehungsweise man kann nicht mehr schießen also jetzt könnten wir ja schießen auf die aliens wenn wir wollten das geht dann irgendwie nicht mehr sehr wenig blaue kisten naja holen wir uns unser S-teil ab immer technologie am anfang erstmal nehmen ob wir platz haben im frachter oder nicht hauptsache er ist gut ausgerüstet so ein bisschen ärgerlich ist dann wegen dem speichern da er hier drauf nicht speichert so und man darf halt nicht vergessen den immer schön in seine raffinerie packen und auch wieder raus nehmen ich paar mal habe ich schon wenn ihr so im flow bist den ganzen tag machst frachter bis zum ende und dann neu laden frachter bis zum ende vergisst man das schon mal in der anomalie kann man so ein koordinatenteil auch bekommen aber nur eins die woche was natürlich hinfällig ist wenn man seins ewig benutzen können mal gucken was wir jetzt für ein teil bekommen leider haben wir keine bauteile bekommen einfach alles durchklicken und die anderen frachter die dauern auch alle viel zu lange hier kommt man ja super easy durch bis zum ende laufen belogen einsacken und dann einfach wieder gehen so das reparatur set weiß ich auch bis heute nicht wofür das sein soll es war echt ärgerlich dass wir keine bauteile bekommen könnte man fürs baumen echt gut gebrauchen aber selbst wenn man die kisten einsammelt geht das ja immer noch sehr schnell hier mal die kiste den alien in ruhe lassen aber ich habe mir leider nicht jetzt nach zweimal noch nicht merken können wo alle kisten sind na hier ist zum beispiel gar keine auf auf die blauen fässer kann man schießen die explodieren dann ist aber auch nur sinnvoll wenn man angegriffen wird aber da die einen hier in ruhe lassen jetzt haben wir naniten erhalten sachen die die welt nicht braucht so einfach mal scannen geht echt schneller dann leuchten die so schön auf jeden fall ist das hier diese den schutz immer echt extrem drauf die stromkristalle können wir auch gut gebrauchen da können wir uns antriebe draus bauen wegen sachen die wir nicht brauchen und bisschen ärgerlich auch dass man hier nicht schnell drin laufen kann man wird hier drin ganz schön verlangsamt aber in den großen scheint echt gar nichts mehr drin zu sagen super haben gerade knospen bekommen die gelten wieder als Mugglerware wenn wir gescannt werden kann ja nicht sein nicht ein bauteil was sind diese ganzen daten eigentlich wert gar nichts super aber immerhin die hier sind was wert das genau verkaufen damit können wir die pflanzen hier anbauen das kann auch verkaufen kriegen man dann hieten das auch da war ja gar nichts drin anbauen 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 ich die da haben wir geöffnet die nicht oder aha endlich die beleuchtung erhalten immerhin wenn wir die bauteile haben dann werden wir einfach nur noch bis zum ende durchlaufen war hier noch eine große kiste da hinten dann werden wir die schränke direkt lassen weil das war jetzt auch in so einer blauen kiste so gucken was wir jetzt bekommen überantrieb so dann haben wir schon drei der sechs verschiedenen teile erhalten wenn es anfängt zu haken oder so dann werden wir in die raumstation kurz und zur sicherheit abspeichern so wieder aktivieren man sieht dann auch wenn man es aktiviert hat dass jetzt oben steht Notfall Signals genau ist aktiv deshalb könnte man ihn eigentlich immer nur einmal verwenden so jetzt nehmen wir nur noch die kleinen blauen kisten ein das ist das das so jetzt habe ich natürlich auch ein ganz anderes Multitool schon besser da ist eine Kiste hier war einer in den Räumen ist immer einer da war keiner hier war einer wegen des Ausrüsten einer Waffe wird empfohlen fraglich wofür ah jetzt haben wir einen Gegenstand bekommen der sogar fast was wert ist viel bekommt man halt Munition weil man ja eigentlich kämpfend hier durchlaufen würde wo war er jetzt hier oh da öffnet doch die Kiste hat man Kälte Upgrade eingebaut und trotzdem hier hat der in dem Raum war ja gar nichts waren ja keine Kisten dann jetzt ab hier lang also da ist ein Raum und da war einer jetzt haben wir Schimmel bekommen ich kann auch einfach direkt im Müll so hier war irgendwo da ist noch einer witzig ist man kann jetzt aus dem Frachter raus gucken nein oh scheiße oh nee da wollte ich nicht drauf drücken scheiße oh geh doch die Kiste an ich habe nur Müll bekommen hoffentlich funktioniert das jetzt noch so jetzt werden wir noch ein bisschen schneller das ist doch gut so dann werden wir jetzt einfach nur noch schnell durchlaufen erstmal wenigstens die Teile einsammeln so ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen wenn ihr Spaß hattet und nichts mehr verpassen wollt gerne abonnieren und liken ansonsten bis zum nächsten Mal dann geht dann Untertitelung des ZDF, 2020